Auf dem Test-Server ist das lang ersehnte Event Gloria spektakulär gestartet. Das sehen wir hier auch in der linken Spalte, genauso wie zum gestrigen Event Lichterfest. Da gab es schon ein Video, falls ihr das gestern noch nicht abgecheckt habt, holt das auf jeden Fall gerne nach. Wir haben es ja schon in den Patch Notes erfahren gehabt, dass wir aus diesem Event die Chance haben auf eine Heldenwahltruhe, in dem Fall mit erwachten Helden. Ich würde sagen, das Ganze gucken wir uns mal an. In den Patch Notes stand ja nämlich drin, dass es eine Chance gibt, diese Truhe eben zu ziehen. Ja, das ganze Event hier ist eigentlich relativ simpel gehalten. Wir haben hier unten zwei Punkte und zwar Eimer ziehen und Zehmer ziehen. Dafür benötigen wir Schlüssel. Diese bekommen wir aus verschiedenen Quests. Als Beispiel melde dich hier während des Events einen Tag an, beende das geheimnisvolle Labyrinth einmal. Das heißt, am ersten Tag habt ihr direkt rein theoretisch die Chance, hier drei von diesen Zehnerpuls zu machen. Das Ganze werden wir jetzt gleich auch machen, da ich die erste Quest hier somit abgeschlossen habe. Es gibt noch weitere Aufgaben. Melde dich während des Events zwei Tage an, drei Tage und so weiter. Beende Abschnitt 1.5 von der Schatteninvasion. Beende Abschnitt 1.3 von der Waldmine. Das sind in dem Fall alle Quests, die wir abschließen können. Das heißt 20, 40, 60, 80 und ja, dann haben wir insgesamt 100 Schlüssel, die wir hier verziehen können. Das heißt, wir können hier 10 Zehnerpuls in diesem Event machen. Hier haben wir dann einmal die Preisliste und was ja jetzt eigentlich ein bisschen bitter ist, wir können sehen, die höchste Truhe, das ist in dem Fall hier die Heldenwahl-Truhe mit den erwachten Helden. Und da können wir sehen, dass die Chance nur bei 1,5% liegt. Ich habe aber irgendwo vor ein paar Tagen auf Reddit mal gelesen, dass wenn man alle diese Schlüssel erhält und alle Zehnerziehungen macht, dass man diese dann doch garantiert bekommt. Ich bin da im Endeffekt wirklich mal mega gespannt. Das ist auf jeden Fall hier die höchste Truhe. Dann haben wir hier die Spezial-Truhe mit ein paar Diamanten-Sterndeuter-Karten. Die liegt bei 3,5%. Und was mir hier gerade beim Schauen auch nochmal so auffällt, ist, dass aus dieser Truhe, falls man die ziehen sollte, dass hier tatsächlich keine Awakened Belinda oder eine Matria drin ist, was natürlich auch ein bisschen schade ist. Natürlich ein Brutus, Tane, Solise, Baden, das sind trotzdem gute Helden. Ja, dann die Stufe 1 Truhe, die haben wir mit 10%. Hier sind ein paar Köder und ein paar rote Embleme für die Gravuren dabei. Die Stufe 2 Truhe, da haben wir dann Hotelmünzen, Schriftrollen und hier einfach ein bisschen Verbrauchsmaterial, in dem Fall rote Embleme. Die Chance liegt dann bei 15%. Die Stufe 3 Truhe, die ist bei 30%. Hier sind dann verdrehte Essenzen bei, goldene Embleme für die Gravuren, lila Steine und dann hier nochmal fürs 20er-Item ein paar Embleme. Und die Stufe 4 Truhe, das ist die, wo man am wenigsten von ziehen will. Hier sind dann wenigstens ein paar Diamanten bei. Weil, ja, blaue Steine, Embleme fürs 10er-Charakter-Item und dann noch ein paar Verbesserungsmarken, da liegt die Chance dann bei insgesamt 40%. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal zurück und machen den ersten 10er-Pool. Mal gucken, was ich draus ziehe vielleicht. Oh mein Gott, ich dachte schon, dass ich die Helden Waldrot rausgezogen habe. Okay, in dem Fall waren es jetzt in Anführungsstrichen nur die 5-Sterne-Deuter-Karten, was natürlich schon mal geil ist. Die, ja, Prozentzahl ist da auf jeden Fall auch sehr gering. Ansonsten sehen wir, wir haben hier ein paar Schriftruhe, lila Steine, die Diamanten und sowas erhalten. Aber ja, schreibt mir gerne eure Meinung zu diesem Event in die Kommentare. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr schade, dass diese Heldenwahl-Truhe hier nur zu 1,5% droppt. Wie gesagt, ich habe auf Reddit irgendwo gelesen, dass es dann so sein soll, wenn man hier wirklich alle Schlüssel verzieht, dass man diese Truhe garantiert bekommt. Kann natürlich aber auch sein, dass es nicht stimmt. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Wir werden es dann natürlich sehen, ob wir sie erhalten oder nicht. Das soll es in dem Fall gewesen sein zu diesem Event Gloria Spektakulär. Wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Macht es bis dort hin auf jeden Fall gut und ciao.